Da ist keine Stimme gekommen. Und da haben wir den Executor. Und Ada ist gleich tot. Und Ada ist tot. Und der Executor muss down gehen. Und dann greifen die meine Panzerchen an. Ich kriege kein Mann. Zuerst schiebt Ada, dann... ...Gonstras, dann Baum und dann greifen die meine Panzer an. Also, was kann mir denn jetzt lächeln? Und dann fliegen noch heilige Steine vom Himmel. Mit dem ganz lauten Halleluja. Ja, vor allem heilige Steine. Bei denen ein lautes Halleluja. Jetzt geht weg. Was? An. Muss ich da noch ein Teehaus irgendwo hinbauen? Am besten irgendwo hier unten. Boah, wie kann. Was hast du denn? Schon irgendwo gehört scheiße. Ey, boah, wartet ihr. Das Problem an Ada ist, sie ist einfach einer der schwächsten Helden. Das bedeutet still. Geht's los? Okay. Da lang. Okay. Rock'n'Roll. Ich geh fort. Was gibt's zu viel? Oh man. Oh man. Oh man. Oh, ice, ice, baby. Ich will kämpfen. Aus dem Weg. Ich werde dieses Lager da oben jetzt einfach mal Wie erwünscht Ja, das kostet mir jetzt ne Menge Nahrung Jetzt greifen die den Panzer an, zerstören den Teil auch noch Oder der Sunny Was wird der überhaupt zu heute oben? Also es läuft grad irgendwo grad gar nicht so, wie ich sie mir das vorgestellt hätte Oder vorgestellt habe Erstmal meinen Hans speichern Mein Hans, der Kanz Nächste Aufgabe Ich liebe diesen Composite Boden Ada Loven ist bereit Stets bereit Ich bin da Schon unterwegs Wie geht's los? Schauen das Schauen Ich bin mir gerade nur so in den Sinn gekommen Also Hallo Gerne Hallo Gerne Ghosten die mir da? Oder was Wachen geht Das bedeutet Stillstand Endgültiger Stillstand Tadadadam Fudge Ich liebe dich Ich liebe dich nicht Ich liebe dich nicht mehr Ich liebe dich nicht mehr Ich liebe dich weniger Als du mich liebst Und sonst irgendwie so Weiß grad gar nicht, wie der Text weitergeht Wie du mich so geliebt hast Die schönen Mädchen sind nicht schön Die kalten Hände, äh, die warmen Hände sind so kalt Nächste Aufgabe Das könnte funktionieren Ja, wenn ich den Ton nicht so ganz treffe Dann tut es mir leid, Leute Aber ganz ehrlich, ich müsste da wirklich dieses Lied jetzt noch dazu hören Dann könnte ich das super singen Nächste Aufgabe War mein Panzer hier Und jetzt schieß auf die blöden Scharfschützen Du wirst sie doch töten können Oh, Mann Oh, Mann Schießt Schießt kaputt Die schönen Mädchen sind nicht schön Ich will kämpfen Das bedeutet Die warmen Hände sind so kalt Nächste Aufgabe Wobei das ja so ein Wobei das mir so ein Störer Teil Okay 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 Weg, 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 weg Ihr geht jetzt nach da unten Euren Sieg könnt ihr später feiern Ihr müsst den anderen Panzer retten Das Ding ist abgestellten Das Ding ist abgestellten Das Ding ist abgestellten Das Ding ist abgestellten Einen 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 Alt Macht euch bereit. Platz da. Ob es jetzt nur eine Zeit ist, dass die Leute aus meiner Klasse wirklich meine Videos gucken. Aber naja. Ist mir eigentlich egal, weil meine Videos kann ja jeder gucken. Manche Leute sind wahrscheinlich nicht damit einverstanden, über was ich da so rede ab und zu mal, aber ist mir egal. Denn... Ist ja irgendwo so anonym, weil niemand weiß wer an der Ansicht... Man könnte mich vielleicht an meiner Stimme identifizieren. Aber ob ich das dann wirklich bin, das weiß keiner. Nur die Leute, die mich privat kennen und wirklich wissen, dass ich was mit YouTube betreibe und mich dann theoretisch so gesehen... Vor denen da so einlauge in meinen Kanal und sowas. Aber an sich... Beispielsweise... Ich habe wirklich Leute schon auf YouTube gesehen, die haben so eine ähnliche Stimme wie ich. Macht euch bereit. Auf dem Weg. Und anhand der Stimme kannst du niemanden eigentlich groß identifizieren. Das ist was anderes, als würde man irgendjemanden nach seinem Gesicht oder sowas identifizieren oder sowas. Sowas geht leichter, schnell, effektiver und alles andere noch so, was es halt sonst gibt. Jetzt werden wir den Executor beseitigen und dann den Turm. Was für ein Spaß! Nächste Aufgabe. Und los! Hey, wo erwartet ihr? Stine hat immer wieder Glück. Na, alles klar. Was für ein Spaß! Sie dürfen nicht entkommen. Soll ich das noch zerstören, dann hätte ich ja eigentlich so ziemlich alles. Na gut, wobei die Punktung muss ich noch zerstören, weil ich spawnen hier einen hätten, das siehst, wie da drinsteht. Und das wäre schlecht. Wenn die hier immer so eine Flut anhalten, so entgegenkommen. Da lang! Hey, wo erwartet ihr? Na, alles klar? Ich bin euch am überlegen, ob ich vielleicht dann nochmal zum 3-Let's-Play, so als nächstes. Mal, ich bin mir momentan noch nicht so ganz schlüssig darüber, was ich jetzt jetzt explain soll. Aber demnächst dann, wenn ich hier mit Paravolt fertig bin, dann ist das volle, das ist der Level. Das weiß ich, das sind insgesamt 16 Level. Ich spoiler euch so gesehen jetzt, dass es 16 Level gibt, aber trotzdem, es gibt 16 Level. Da, das weiß ich. Sollte es mehr geben, entschuldige mich natürlich dafür. Aber man merkt schon irgendwo, dass es langsam das Ende ist. Ich weiß, wo das, ich kenne das Finale schon. Und wie man merkt, das Finale ist wahrscheinlich irgendwo dahinter oder so. Wenn man dann versucht, hier die C's komplett aufzuhalten mit ihrem komischen Plan da. Ihre Bimbo-Aufgabe oder Sandbar zu machen. Also den Bronco zu spielen, der da immer so am Hof steht und dann hier immer seinen Zoll abschmieren will. Oha. Oh, die haben Exekutor M-Cuts 2. Super. Ah, alles klar. Die töten das den sofort. Einhundertzwanzig, nach dem Schaden. Kann man schade machen. Ich würde ihm. Das ist logisch. Ich glaube, ich sollte die Panzer schon mal etwas weiter wegbringen, weil ich weiß, dass da unten so ein paar Seeseinheiten sind. Auf dem Weg. Die dürfen nicht entkommen. Der hat doch denen nichts getan. Da war aber mal, ich könnte, dürfte ich gar nicht die Rammstein-Lieder. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das darf, wenn ich die so gesehen so nachsinge mit dem, also man halt so sieht und ich sagt, das klingt irgendwie so nah oder so, oder so den Reform davon benutzen. Oder eher gesagt, den Hintergrundsound. Ich weiß auch mehr, es gibt da so eine Seite, da könnte ich mal nachgucken, ob das geht. Aber ich glaube, da gehen nur englische Lieder. Da müsste ich einfach mal nachschauen. Wäre auf jeden Fall cool. Da könnte ich vielleicht sowas machen wie, keine Ahnung, Asuka sind, Amerika oder an sich, wo bist, äh, wo bist du, von dem ja auch der Text von vorhin gerade eben kam. Ich geh vor. Auf dem Weg. Rack'n'Roll. Und der Asuka ist so cool. Das Lied gibt's auch. Ja bitte. Das Lied. Das Lied. Und das Lied. Und das Lied. Jetzt im iTunes und, äh, sonst dort Store. Und bei Google Play erhältlich. Genau. Ich glaube es sind vielleicht sogar welche Grauen, es gibt sogar Leute, die folgen mir bei Instagram, da ich ja sowas hab wie Instagram. Moment mal, wo schießen die denn hin? Macht euch bereit. Jetzt nehmen sie uns ernst. Wir müssen diese Geschützer ausschalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Wo können die hinschießen? 104,5. Und da muss ich in den inneren Ring. Okay. Macht euch bereit. Macht euch bereit. Und die hinteren sind tot. Und der Existenz ist ein Schaden. Ich wäre aber dafür, dass ich immer die Bunker da unten zerstöre, weil die Sporn, wie ich weiß, kann man es in was Einheiten. Denn die kommen ja auch alle von da unten, also... Ich geh vor. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Na, was hat man da gerade geschossen? Ach, die Kanone. Oh ja. Ich kann mein Tempel doch... Oh man, ich will mein Tempel zerstören. Hey, woher warst du hier? Mein Arm, Tritra, Trempel. Trempel, Pempel. Geht's los? paschchchchchchchchchchchch ch 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 da das ist links das ist links ich kenne gerade nicht den Text von ach du scheiß Kanonik hat sogar soweit bis das da unten schließen damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet oh man vierhundertfünfzig ach jetzt bin ich außer Reichweite oder was zumindest denke ich das mal der Tempel der steht noch wie geht's los ja 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 Ich denke mal, ich muss die Verteidigung da jetzt nicht ausschalten.